Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin und Ethereum sind gestern ordentlich unter Druck geraten. Das hat natürlich auch mit der ganzen Binance-Situation zu tun. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich habe es gestern schon in die Telegram-Gruppe relativ aktuell reingepostet. Und zwar ZZ und Binance werden von der CFTC wegen Regelverstößen verklagt. Mittlerweile ist klar, es geht hier angeblich um Insider-Handel. ZZ soll angeblich sogar 300 Accounts auf Binance selber haben und damit auch ein bisschen den Markt manipuliert haben. Es wurde anscheinend irgendwie Signal verwendet, um hier Textnachrichten zu verschicken, die sich dann sofort wieder löschen, ohne dass hier irgendwie Screenshots oder sonstiges gemacht wurden. Trotzdem konnte das anscheinend von den USA ein bisschen ausgelesen werden. Und jetzt ist der nächste FUD wieder da. Ich habe ja schon öfters mal gesagt, Binance und so bin ich nicht mehr aktiv. Wir gehen jetzt gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Aber ganz ehrlich, von meiner Seite aus zieht das Zeug einfach ab von Binance. Und damit finde ich, es ist ein guter Start in das heutige Video. Doch bevor wir starten, lasst ein Video trotzdem wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und wie gesagt, gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoin. Link ist unten, wie immer, in der Videobeschreibung. Ja, das hat deutliche Auswirkungen auf Bitcoin gehabt. Zwar haben wir gestern noch darüber gesprochen, okay, Pump-Möglichkeit ist da. Die war auch grundsätzlich da. Nur, ja, dann kamen eben diese, in Anführungszeichen, News, die den Markt wieder ein bisschen gedreht hat. Auch wenn es im Nachhinein, und da gehen wir jetzt mal ganz kurz in den Traders-Reality-Indikator, im Nachhinein jetzt nicht wirklich verwunderlich war. Wir schauen uns mal ganz kurz an. Die Psy-Range wurde ja übers Wochenende verlassen, auch gestern den ganzen Tag. Aber wenig impulsiv. Man sieht hier, klar, wir hatten diese drei Vektor-Candles nach oben hin. Und dann hatten wir nur noch so ein bisschen rumgedönsel. Wir hatten keine richtigen Impulse mehr nach oben. Und dann kamen eben die News und hat den Kurs nach unten hingedrückt. Mittlerweile sind wir unter dem Psy-Low, also das heißt unter dieser Psy-Range angekommen. Wir haben uns die Tiefs hier noch einmal geholt und sind in der Spitze bis auf 26.500 US-Dollar gefallen. Natürlich waren diese News in Anführungszeichen jetzt teilweise überraschend, teilweise auch nicht. Es gab immer wieder Gerüchte um Binance und dass die US-Regierung, vor allem die SEC, was gegen Binance möglicherweise planen will. Man muss hier aber auch dazu sagen, hier geht es rein um Binance US. Es geht nicht um komplett Binance, es geht wirklich nur um die Binance US. Ich sage jetzt einfach mal Version oder den Handel da draußen. Noch ist nichts wirklich klar. Die Frage ist nur, wie wird CZ halt im Endeffekt darauf reagieren? Wird er wirklich dann fix angeklagt? Wird er vielleicht sogar in den Urhaft gesteckt? Weiß man alles nicht. Deswegen rate ich euch einfach, zieht euer Zeug da einfach ab. Man weiß nicht, was da dran ist. Eventuell wird auch wieder einfach nur eine Geldstrafe fällig, so wie bei Coinbase oder sonstigen Sachen. Aber wenn es hier um Insiderhandel geht, muss man die ganze Sache immer ein bisschen kritischer sehen. Außerdem war auch noch dazu zu spüren, Bitcoin, Litecoin und ich glaube noch ein, zwei andere Kryptowerte, ich glaube Ethereum auch, werden mittlerweile als Rohstoffe angesehen. Also man weiß langsam echt nicht mehr, was man dazu noch sagen soll. Es ist einfach nur noch lächerlich, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal direkt in die Chartanalyse rein. Sorry, hat sich jetzt ein bisschen gezogen, aber war jetzt einfach mal wichtig nochmal zu beurteilen. Ja, wir haben diesen Abverkauf gesehen. Ich habe hier unten schon die grüne Box. Das wäre für mich momentan so ein bisschen das Long-Szenario, je nachdem, was zuerst eintritt. Wir haben nach oben hin, da wo jetzt auch unsere Psy-Range eben, die ich gerade gezeigt habe, lag momentan noch so eine kleine Ineffizienz hier oben liegen bei ungefähr 27.600 US-Dollar. Die würde ich mir gerne noch holen. Die Frage ist, was holen wir uns zuerst. Besser wäre meines Erachtens nach, wir gehen erst hier hoch zu den 27.600 und dann nochmal hier runter zu den 26.400 ungefähr. Wir haben positiverweise, habe ich ja gestern schon gesagt, übergeordnet diese Range hier gebildet. Und was man auch dazu sagen muss, wir haben kein Lower Logos. Klar, der WIG ging tiefer, das heißt, die Liquidität, die wir uns hier drunter geholt haben, die ist jetzt erst einmal weg. Hat jetzt nicht für den Aufschwung gesorgt, natürlich auch wegen News und so. Wie gesagt, alles nicht erstmal ein bisschen zu ernst nehmen. Übergeordnet befinden wir uns aber weiterhin in einer riesigen Seitwärts-Range. Deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir eben hier nochmal diese Tiefs hier unten abgrasen. Vielleicht hier nochmal ein bisschen so eine Seitwärtsphase sehen. Und gleichzeitig auch dieses Hoch, was wir hier drüben haben bei den 26.384, noch einmal gegentesten. Das zeichne ich jetzt ganz kurz mal ein. Also das ist jetzt momentan der Fahrplan. Besser wäre, wir holen jetzt die Liquidität nach oben hin, 27.6. Dort oben triggern wir einen Short, würden nochmal die Psi-Range nochmal von unten testen. Das heißt, wir würden dann den bearischen Count nach unten hin bestätigen. Und dann können wir in Richtung 26.400 US-Dollar gehen. Das ist so momentan so ein bisschen die Area, die ich ein bisschen für einen Long, momentan zumindest im Blick habe. Bin aber auch sogar schon überlegen, hier an diesem WIG hier reinzugehen. Weil die letzten Setups waren immer so ein bisschen, die wurden teilweise knapp verfehlt und teilweise wurden sie nur ganz knapp getroffen. Deswegen lieber mal ein bisschen hier vorsichtiger sein und dann muss ich mal gucken. Das werde ich mir auf jeden Fall noch überlegen. Aber Short-Signal auf jeden Fall für mich hier oben die 27.6 und dann hier unten Long-Signal irgendwo um die 26.4 mit einem Stop-Loss, den ich mir dann erstmal noch überlegen muss. Oder ob wir eventuell die Position einhätschen und dann sagen, okay, wir machen hier oben den ersten Entry, den zweiten dann bei 25.2. Aber das ist wie gesagt alles noch ein bisschen in Planung. Das ist erstmal so der Plan für heute. Würde auch ganz gut passen dazu, wer sich so ein bisschen damit auseinandersetzt. Erste Welle, zweite Welle und dann nochmal die dritte und dann eben nach unten in die grüne Box. Würde mir persönlich sehr, sehr gut gefallen und würde auch nach dem Hybrid-System, nach Traders Reality im Endeffekt auch gut passen. Ja, das war es jetzt erstmal zum Stunden-Close. Wir schauen mal, was es auf einem 4-Stunden-Time-Frame noch so gibt. Gibt aber auch nicht wirklich viel. Wie gesagt, die Range steht, Volumen sehr, sehr gering. Error ist ein mittlerweile sehr, sehr tief weit unten. Wir sind hier mittlerweile schon im 40er-Bereich oder 38er-Bereich angekommen. Das heißt, die ganze Bearish Divergence, die sich letzte Woche über die letzten zwei Wochen angestaut hat, ist mittlerweile komplett invalid. Das Einzige, was noch gilt, ist der Daily. Aber auch dieser könnte sich jetzt so langsam aber sicher erholen. Und was man auch noch sagen muss, wir haben hier so eine Art Rounding-Top mittlerweile ausgebildet. Also wenn, dann müssen wir hier wirklich über die 27.6 nachhaltig kommen, um, sag ich mal, dieses Rounding-Top dann auch noch invalid zu machen. Aber das geht jetzt wieder ein bisschen mehr in die Pattern-Richtung, deswegen damit nicht zu weit aufhalten. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu Ethereum. Auch hier, lustigerweise, haben wir auch hier keinen wirklichen Durchbruch gesehen. Klar, wir haben diese Range jetzt erstmal nach unten hin durchbrochen, befinden uns aber immer noch, so sage ich mal, am grenzwertigen Bereich, obwohl wir gestern diesen Abverkauf hatten. Obwohl diese ganzen FUD-News kamen, beziehungsweise, FUD darf man jetzt auch nicht unbedingt sagen, es ist ja angeklagt, ist es kein wirklicher Durchbruch meines Erachtens nach. Klar, wir testen jetzt gerade hier unten diese Range so von unten nochmal. Aber die Chance, dass wir hier mindestens nochmal in den Bereich der 1.760 US-Dollar vorstoßen, ist sehr, sehr hoch. Einerseits wegen dieser Ineffizienz, die wir hier natürlich im 4-Stunden-Timeframe haben. Wir gehen aber auch mal in den 1-Stunden-Timeframe, da sieht man es nochmal deutlich, deutlich besser. Diese Box hier unten, die ja hier drüben im Endeffekt angefangen hatte, hält mit Stunden-Close weiterhin stand. Das heißt, so richtig bearish ist es noch nicht. Es kann jetzt wirklich nur sein, dass diese Newsets wieder dafür genutzt wurden, um, sag ich mal, viele Longs nochmal aus dem Markt zu spülen, die da unten ihre Stop-Losses natürlich hatten, unter dem letzten Tief, ihr kennt es, so wird es immer wieder gedeutet. Und jetzt im Endeffekt dann die Trendwende kommt. Aber auch hier müssen wir dazu sagen, wir haben hier noch einen ordentlichen Wig nach unten bei den 1.686. Den würde ich auf jeden Fall gerne mir noch fischen. Das ist das gleiche Beispiel wie bei Bitcoin, was wir eben gerade gesprochen haben. Und dann haben wir hier drüben noch so eine 1-Stunden-Demand-Zone. Davor haben wir noch so ein kleines Void, beziehungsweise eine Ineffizienz. Das heißt, diese Range hier unten, das ist für mich jetzt der nächste Ankerpunkt. Auch hier, um das mal ein bisschen abzugleichen, wir hatten den ersten Abverkauf, wir hatten den zweiten Abverkauf, gehen hier hoch, um uns die Ineffizienz zu fischen. Und dann gehen wir nochmal hier drunter, um uns, sag ich mal, die 1-Stunden-Demand-Zone und diese kleine Ineffizienz hier drüben auch noch zu fischen. Also ihr seht, da ist schon einiges noch drin. Wir können noch ein bisschen tiefer heute fallen im Laufe des Tages, beziehungsweise erstmal so eine kleine Erholung sehen und dann nochmal den dritten Leg up nach unten hin machen. Das wäre momentan für mich einfach diese Ziel-Long, die ich gerne eingehen würde. Je nachdem, wie wir vom Risk hier reingehen, müssen wir mal gucken, wären es 2% Risk, welches wir hier absolut, meines Erachtens nach, eingehen könnten. Ja, das war uns erstmal so ein bisschen zur Analyse. Ich würde sagen, später kommen auf jeden Fall noch Loop Network und Casper, werde ich nochmal eine Analyse machen, weil das wurde sich komischerweise sehr, sehr oft gewünscht, seit ich hier das letzte Mal darüber berichtet habe. Die laufen auch wirklich Bombe. Ich habe es ja schon in den Livestreams immer wieder gesagt, die laufen wirklich Bombe. Diese zwei Low Caps Profite genug genommen, aber wie gesagt, werde ich später nochmal ein bisschen näher im Video drauf eingehen. Und dann gehen wir noch ganz kurz zu den News rüber. Afrika begrüßt Bitcoin als Alternative zur US-Dollar-Krise. Ja, wer begrüßt es nicht? El Salvador, Afrika, normalerweise immer diese dritte Weltländer fangen momentan damit an, Bitcoin immer mehr zu implementieren. Und ja, Afrika für mich sowieso kann zukünftig auf jeden Fall noch was werden, was Bitcoin und generell sowas anbelangt. Gut, das war es von meiner Seite. Ich würde sagen, ja, wir hören uns jetzt später wieder zu einem Altcoin-Update-Video. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Start in den Tag, einen erfolgreichen Start in den Tag. Like da lassen, Abo da lassen und natürlich in die Telegram-Gruppe reinjoinen, wenn ihr Bock habt. Das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay good.